Wo? Wo liegt sie? Ja? Von mir aus soll sie abhauen, ne? Aber da lag die jetzt schon eine Weile. Das ist nur wegen der Kamera. Das mag nicht aufgenommen werden. Könnt ihr glauben oder nicht, aber das ist so. So ist fein. Das finde ich gut. Da kann die ruhig kratzen. Da kannst du ruhig kratzen. Das geht ja nicht. Die hat die ganze Zeit auf meinen Schoße und direkt rein in meine Oberschenkel gesteckt. Typisch Weib. Kennt das auch von anderen Frauen. Die sich mit ihren Fingernägel in den Rücken gejagt haben. Ja? Ja, gut. Okay. Ah, meine Brüste. Das ist halt. Das hat immer so auf uns schon gesteckt. Oh je. Ja, habt ihr das gehört? Das war Jenny. Das war jetzt ein Miesen. Ne? So, ich werd die jetzt mal lösen. Ich mach das Futter mit der Medizin drin weg. Ja? Irgendwie wollen die das nicht. Ähm, scheiße. Das wird man. Ja. Ich kann dir wieder die Spazier im Laufe des Tages heute. Ja, ja. Nein. Gut so. Ja. Ach, das ist ätzend. Haha. Okay. Ja, ja. Also für mich ist das schon... Ich hab zwar gesagt, macht mir nichts mehr aus. Aber doch, macht mir was aus. Wie geht's, dass ihm das nicht gefällt. Ja? Die Späne, ne? Das guckt sie immer gleich, ne? Hahaha. Eigentlich müssen wir auskotzen. Gut auch nicht. Hahaha. Und, das Schlimme ist natürlich, dass... Obwohl hier. Das sieht ein anderer ganz anders aus. Der hat sich grad ne Katze zu ihr gesiegt. Ja? Seit einem Monat. Und diese Hände, die sehen richtig gut aus. Ja? Meine? Okay. Wie glaubt. Ja? Alle Kratzer schon wieder weg. Okay? Naja, hier ist noch einer. Äh, wie ein kleiner Jenny natürlich, ne? Wenn ich die Spitzi immer... Ja? Räubt sie natürlich zu. Hm? Ist ja klar. In dem Augenblick bin ich der böse, böse Mann. Ein ganz böcher. Ja? Ja. Ja, das siehst du natürlich nicht, dass er dir hält. Ja? 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 Ja. 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 Jetzt seh ich ja da, dass er zum Beispiel da liegen bleibt. Ja? Äh, früher... Ich hab Zeit. Ja? 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 Ja, das ist ja gut, was meine Stärke ist, ne? Ja? Ja? So, ja, ja. Ich finde die Regie, die sind ja noch, wie beide dabei sind. Also ich bin jetzt und das überträgt sich auch auf andere, wenn man denn will. Ich kann die Leute schon anstecken, aber muss nicht. Also versteht man, mir reicht es, dass ich glücklich bin. Ich finde es schon schön. Das ist sehr beruhigend. Von daher ist alles fritti fritti fritti. Das kann ich klagen. Ich sage ja, ich habe zum Beispiel jetzt sehr, sehr, sehr genossen bei Urs Pusos zu sein. Erstens das schöne Essen. Shanghai-Ente. Geil. Der vietnamesische Kaffee, auch wenn ich es wiederhole, habe ich das schon erzählt. Der war auch sehr gut. Und dann auch bei Ihnen da. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe da gleich ein Video da gemacht. Natürlich ist es klar, selbstverständlich, ich war am anderen Apparat und schon fängt Facebook und Google an, völlig an der Uhr zu drehen. Und folgt mich nicht rumlassen. Obwohl ich das richtige Passwort eingeben habe. Aber sobald, ich sage ja, die haben da irgendwie ein Fonds. Oder aber es liegt wirklich an mir. Ja. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ja. Denn, äh, ähm. Ja. Ähm. Ja. Es ist ja, viele können täuschen. Ja. Aber, ähm. Nicht alle. Ja. Manche, genauso auch das, was man sieht, kann eine Täuschung sein, und so weiter. Ja. Ja. Und das ist mir nicht leid, immer so das, äh, zu unterscheiden zu können. Das ist schon sehr schwierig, denke ich. Für den einen oder anderen. Ne? Gar nicht für alle. Ja. Ja. Gibt ja auch welche, die voll ließen wie Eker zum Beispiel, ne? Ja. 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 Also ich finde das Leben wirklich wunderbar. Und wenn ich sage wunderbar, meine ich wunderbar. Wobei natürlich, dass es ein Wunder nicht gibt. Ja? Ja. Aber es stört mich nicht. Und das raubt mir auch nicht die Fantasie oder das schöne Gefühl, dass ich jeden Tag Wunder erlebe. Nee, in jedem Teil. Ich sage zu euch, Wunder passieren ständig einem. Man sieht sie nur nicht. Weil man zu sehr abgelehnt ist. Und ich bin halt nicht mehr ganz so abgelehnt wie früher. Und deswegen sehe ich mehr Wunder als ihr. Dafür kann ich das nicht. Kinder. So ist das normal. Ich bin schon wieder nett. Und ich will ja nicht nett sein. Also nicht jetzt. Ich bin ja immer nett. Das ist ja meine Stärke. Ich bin eigentlich nett. Nicht eigentlich. Ich bin immer nett. Erstmal. Ja. 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 Ja, okay. Oh, warte. Ja. Ja. Das fällt mir gut, was ich jetzt gerade höre. Äh. Da wusste ich ja nicht. Der Anfang war auch schon mal sehr gut. Ich bin mal gespannt. Das geht 1 Stunde, 57 Minuten. Leider kann ich das nicht ans Stück hören. Äh. Also was heißt hier leider. Ne. Gott sei Dank. Weil um 9 Uhr bin ich hart für Abredung mit dem Wald. Und äh. Und äh. Der freut sich schon auf mich. Und wir und Sunny, die freuen sich bestimmt auch. Ja. Wenn wir denn zum Laufen gehen. Weil, ob man heute Sonntag ist oder Montag ist. Das spielte ja bei mir. Binne geil. Und äh. Da ich ja gestern schon Kindsport gemacht habe. Mein Gott. Ja. 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 Aber ich muss hier stehen. Äh. Als Urs Krusens zu mir sagte. Na. Wollen wir schnell spielen gehen? Na. Die Kinderlust. Ja. 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 Der war da ja auch nicht so kalt. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Ich geht darum um meine Schuhe. Ich hatte zwar Turnschuhe dabei. Aber warum soll ich die einen sagen? Ja. Ähm. Ja. Ich habe die gerade erst schön äh äh geputzt und so. Ja. Die sehen wieder aus wie neu. Und von daher. Nee. Ich glaube heute ist es dann. Nein. Oder ein bisschen was da draußen. Ja. fast alles wieder weg. Allerdings wird er trotzdem weg. Jetzt mal die Arbeitsschuhe anziehen. Ui. Ui. Oh, also jetzt heute ja schon ein paar Tage nicht mehr angehabt morgens. Oh, das wusste ich. Ja, Diensteil. Ist wahrscheinlich ja, na und? Aha, da sind die Füße eben schwer. Du darfst dich nicht beeindrucken. Deswegen wird trotzdem laufen. Ähm. Naja, ich überleg schon wieder, ob ich's lasse. Ne, 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 ne. Ey, wo willst du hin? Hm, slow white. Oh, welches ist das denn? Die ist okay. Ey. Die ist so geil. Ey, echt. Wolltest du mich eben hier wieder über den Tisch und alle Tiere unsicher machen? Hallo? Süße Maus. Ey, das hasse ich. Also da gibt's zu viel. Alle denken sie wie leidet. Ja, die leidet überhaupt nicht. Habt ihr ja gesehen. Ja, das ist der Terroriste. Ja, man hat doch nicht. Der hat das schon erkannt, so vor einem halben Jahr, hat er gesagt. Ja, der würde doch mal in den Arsch treten, hat er gesagt. Also jetzt nicht wörtlich nehmen, aber eben mal, ja, ein bisschen hart daran nehmen, weil ich bin immer zu weit, ne, die Wesen. Ja, und zu nachhaltig. Ja. Aber das ist vorbei. Ja. Jetzt kriegst du die Kante. Hahaha. Jetzt vermöbel ich die. Ich schmeiß die an die Wand. Hahaha. Ich schwel die. Ich schwel die so sehr, dass sie jetzt frisches Futter kriegen. Okay, ciao.